Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Filmchen von mir. Ich möchte heute gerne ein Erdbeer-Jogurette-Eis mit euch machen. Wir brauchen dazu auch gar nicht so viele Zutaten. Und zwar habe ich hier einmal 300 Gramm Erdbeeren, 200 Gramm Jogurette und 150 Gramm Sahne. Die ist auch schon kalt und auch frisch aus dem Kühlschrank. Wir geben jetzt einmal als Erdbeeren und unsere Jogurette in den Mixtopf. Und die werden dann für 10 Sekunden auf der Stufe 8 einmal zerkleinert. Und der Thermomix ist fertig. Jetzt wird das Ganze einmal mit dem Spatel nach unten geschoben. Dann geben wir auch schon die Sahne mit dazu. Und das Ganze wird jetzt für 30 Sekunden auf der Stufe 4 vermischt. Unser Eis ist auch schon fertig. Und ich zeige euch jetzt mal, wie es aussieht. Und wir werden es einmal zusammen probieren. Also die Konsistenz ist richtig schön fest geworden. Und es schmeckt mega lecker. Ich werde euch jetzt noch ein schönes Foto machen, wie immer, was ich dann hinten anhänge. Das Rezept steht unten in der Infobox verlinkt. Ich würde mich freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert und sagt Tschüss und bis zum nächsten Mal. Wirmos jetzt anschauen. Tschüss. Vielen Dank.